Okay, soll ich wieder anfangen? Ist dein Channel. Ist mein Video. Oh, 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 yeah. Take it in your balls, huh? Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Paladins. Wir sind heute wieder unterwegs mit Cookie. Hallo. Nicht gleich einschlafen hier, wir fangen da gleich mal an. Ich war gerade was am Gucken, Mann. Ich konnte nichts dafür. Mein Kopf war woanders und nicht in der Hose. Fernando. Es muss Fernando sein. Wir haben sonst keinen anderen Tank, sonst würde ich was anderes sagen. Die haben wir auch keinen, außer Groover. Groover ist kein Tank, Groover ist ein Support. Ich weiß. Aber er sieht immer so massiv aus. Mein Hass-Map, die Ice-Meme. Ey, ich hab schon vor lange nicht mehr geguckt, welchen Rang ich mit Groover habe. Sicherlich nicht mehr dort, wo du derer dachtest, du wärst. Hallo, Team. I am from the... Hallo, Team. Hello. Brolyboy, I'm your new best friend. My name is... Brolyboy, I'm your new best friend. Oh. Okay. Hey. I gonna... Friend. I gonna... 3, 2, 1... Stand still in distress. Hey. Wow. Beste. Nobody cares. Noch besser an, weil Bruno... Bruno hat mir das befohlen. Ich bin abgekommen. Ich bin abgekommen. Careful, I buy back. Also der Schemm ist... cool. Mein Dumpa, hilf mir. Freund. Mein Dumpa. Freund, hilf mir. Upsala. Ja. Ich krieg die ganze Zeit immer Exe ins Gesicht. Echt? Von wo? Alter, Sky. Sky kam und hatte dann... mich genietet, würde ich mal sagen. Nein. Ich will ihn doch nicht. Fuck, ich hab gar kein Schild. Oh Gott, nein. Soll ich mal so dreckige Werbung machen? Ey. Guckt auf meinen YouTube-Channel. Ich bin Leafy. Willst du etwa auch so? Brenne. In der Hölle. Ja, brenne in der Hölle. Er brennt in der Hölle. In verändernlose Hölle. Ja. Ja. Ha. Tot. Es ist tot. Ich wollte schon immer mal so lachen. Ich brauchte Hilfe. Du brauchst dich? Ich brauchte Hilfe. Soll ich auf dich warten, Fernando? Bruno? Broly? Tetsu? Du hast so viele Namen, weißt du das? Das geht so nicht weiter. Ich hab viele Gesichter. Ja. Aber mein wohl bekanntester Name ist... Jesus. Jesus. Das kann ich natürlich verstehen, ne? Mehrfach Wiedergeborene. Mehrfach Wiedergeborene? Mehrfach Wiedergeborene. Sehr interessant. Everything needs to die. Ich will die gecastet. Nice. You are not afraid. I will not die. Not yet. Wir schaffen das. Nein, Madame. Mein Freund. Sie haben ihn in Freitung gebracht. Time's Ticking. Die musste das gar nicht machen. Der Bombenkönig ist aber auch ein schöner Scherb. I'm so fucked, Brad, na? Wie oft? Mal dam waaan. Äh. Was ist der Pfarrn hat gestiegen in der Ambrus? There should be I am dead core. Attack. Jetzt gehen wir hier nochmal rein. Let's try. Ich wurde umgebracht von Groover. Ich höre nur noch, wie so eine Axt fliegt und das war es mit mir. Wir müssen zum Teil. Oh Gott. Du schaffst das. Glaub an dich. Du hast die Gene dafür. Steroide hast du dich schon vor der Aufnahme gespritzt. Du schaffst das. Wollte ewig leben. Ja. Wie war das immer? Ich schaffe es nicht. Niemand da. Warum ist Mr. Gigi, whatever wie er auch heißt, nicht reingegangen? Oh gosh. Junge. Aber der hat einen interessanten Aim an sich. Selbst wenn du gedrückt hältst. So. Die wurde dich schon gezündet? Ich ne. Irgendwie habe ich es mir aufgesprach. Fang mir dem rum. Du hast was im Auge. Ja, was? Ich glaube, dein riesiges Teil, ne? Ich mach's weg. Ah. Er hat nicht verstanden. Scheiße, ich kann nicht mehr aufmountain. Weil aus unerklärlichen Gründen ich nicht aufmountain gewesen bin. Hm. Muss ich halt dramatisch jetzt hier hinlaufen. Ich fühle mich stärker hier. Nicht so. Nicht so. Du bist einfach. Alter. Ich kann. Das hätte ich aufnehmen müssen, wie ich gestorben bin und die Figur sich bewegt hat. Hältes Mal, ey. Alter. Die Ulti ist ja mal. Ist sie geil. Ulti gefällt mir gerade richtig. Das fühlt sich fast so an wie Heimat. Wie Hei nun? Ja. Ich brenne Groover. Alter Sky. Ich hoffe, dir fällt ein Ei ab. So, jetzt habe ich es gesagt. Mann. Weil ich so lange mit kein Handeln mehr gespielt habe, fehlt mir auch schon ein bisschen der Skill wieder hier drin. So, weißt du, die Routine. Hm? Mir fehlt ein bisschen die Routine. Hier. Da voll den Easy-Chimp. Nein, nein. Ich meine mit dem Kaufen und so. Ja. Alter. Der Bombenkönig hat mir jetzt mal Ratig Schad gegeben. Okay. Begun. Alright. Alright. Then. Wieder Overtime. Haben wir es hingekriegt? Overtime. Das ich an den neuen Charakter schön finde, der kann ich abbauen. Der ist aber echt cool. Oh mein Gott. Sky. Hinter dir. Hä? Wo war denn? Egal. Ich muss das hier nicht questionen. Ich soll einfach nur spielen. Aber vielleicht gewinnen wir. Vielleicht gewinnen wir. Er ist tot. Mann, dieses Sky-Töte immer mich. Immer. Ich hab dich gerecht. Danke. Danke. Freu mich, wenn Bruno die neue Ulti hat. Also, die Ulti wieder hat. Nicht ne neue, weiße. Das wär cool, so ein Champ, der... Bei dem die Ulti immer change, ab welchem Level er ist. Aber hier gibt's keine Level. Ja, das fand ich so schön. Das ist geil, umbringen hier, ey. Die Gegend, er riecht hier auf den Sack. Oh. Das war knapp. Ich hab nur noch 72 AP. Ich laufe jetzt hier hoch. Und dann... Mein Schild bricht voll schnell zusammen. Sky, warum nur gibt es dich? Du bist genauso wie die damalige Evelyn, die sich einfach unter den Tower gestunnt hat, alter. Niemand mochte sie, aber jeder... Ja, der ist doch noch schlimmer. Ich find, der fand die allererste so, wo wir angefangen haben zu zocken, fand ich viel schlimmer. Außen... Außen... Unsichtbarkeit... Stunnen. Ich bin voll falsch rum. Time sticking. Time... Time over. B. 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 Das ist etwas, was ich nicht mag. Und es kommt zu mir. Ernsthaft. Look at me shine. Like a diamond. Oh my gosh. I survived. I was terrified. Mal Damba. Well done. Mal die Team-Moral hochballern. Kali. Mal Damba, der gute alte, alte Horny-Typ. Weißt du? I like this team. Ich... Ich hab da was verstanden. I like this team. Ja, ja, etwas Falsches. Er mag das Team. Achso. Also mag er... Mag er sowas Krankes, hä? Oh my god, was hast du angerichtet, Alter? There. Well done, Jungen. Well done. Das ist ja... Macht es da los, aber auch immer. Er sagt doch immer, well done, guys. Well done. Well played. Ja, das mach ich doch in LOL auch. Wir müssen nur noch den von Krieg, ne? Ich sterbe gleich. Kannst du mal die paar Politiken gleich auf den Punkt gehen? Das ist eine Käste, die rumschießt. So. Du stirbst jetzt auch noch. Vielen Dank. No problem. Haha, I'm there for you. Stirb, Alter. No fucking chance. Around. No fucking chance around. Let's mal einen Arrow ins Knie schmeißen. Von Leuten. Victory. Well done. Well done. Und ich kann ihm nichts mehr schreiben. Er streichelt seine Schlange so, so wie ich auch eine Schlange streicheln würde. Du wirst sie, glaube ich, aus der Hand schmeißen. Oh, nur Display. Ich wäre so brave, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Durch diese Aktion hat er mich gerettet. Und dich auch noch. Er hat auch die Payload gerettet. So, wir sind schon am Ende unserer kleinen Runde. Ihr könnt nachher noch mal einen Kommentar schreiben. Oder... Was ihr von dem Maldamba haltet. Ja, genau. Was ihr von unserem neuen Freund Maldamba haltet. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Haut rein. Tschüss. Tschüssi. Ey. Ey, du gehornig, sag du. Tschüssi. 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 Untertitelung des ZDF, 2020